Ich habe einen Deal gemacht. Widerstandstransporter sind vom Kreuzer aus gestartet. Feuer nach eigenem Ermessen. Diese Transportschiffe besitzen keine Waffen, keine Schilde. Wir haben keine Chance. Sie müssen Ihren Transporter erwischen. Jemand muss hierbleiben, um den Kreuzer zu fliegen. Möge die Macht mit euch sein. Immer. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein. UFN 2187. Wie schön, dass du wieder da bist. Verräter! Damit kommen wir hier raus. Na los! Schnappen wir uns einen Teiljäger und nichts wie weg! Die Kiste wird los. Die Kiste sind der Sonnenstrahlung unter anderem die Art von der Schraubung. Dann Democratic und FDP und gleichzeitig das Ausland für zcharged Estat. Die Kiste von Magaziner ist ja zu. Ich habe nicht eseiger Mal in der Zeit. Drei Mal in dieser Seite! Drei Mal in der Zeit? Ich habe zack, dass die Kiste mit der Kamera bestessert. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe mit dem Kiste in seiner Zeit verpasst. Hey, was siehst du mich an? Ich weiß ja nicht weiter. Ich stehe deutlich über euch. Ihr werdet mich von dort nie erreichen. Versucht es nicht. Du willst dich wirklich mit mir anlegen? Bist du sicher? Bist du sicher? Es wird nur noch schlimmer für dich, Verräter. Schließt eure Mission ab, Trupp. Es sind zu viele. Bw-Acht, du bist der Beste. Stopp diesen Kaffläufer! Sofort! Dein Aufstand endet hier. 2, 1, 8, 7. Das glaube ich nicht. Eher küsse ich einen Rookie, als dass ich das nochmal mache. Das wird uns weiter bringen. Wir müssen die erste Ordnung aufhalten. So was habe ich schon mal gesehen. Niemand zieht sich zurück, während ich das Kommando habe. So nah! So weit, wie geht es? Ich bin dafür nicht richtig angezogen, tut mir leid. Du wirst nicht siegen, Geräte tun das nur selbst. Das geht nun schon lange genug so. Ihr geht mit diesem Schiff unter, Phasma. Oh Mann, die vom Widerstand werden Augen machen. Das habe ich mir auch verdient. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Deine Sicherung! Schalten wir das Förderband wieder ein! 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. Du bist ein Fehler im System. Los geht's, Kohlmeimer. Schwach. Du warst schon immer Abschau. Rebellenabschau. Da hinten ist ein Transporter. Wir müssen los. Nehme ab. Schnappen wir uns einen Transporter. Und dann links sie raus. Für die ersten Ordnung. Lassen Sie nicht entkommen. Wir finden schon einen Weg dorthin. Komm, hier. Ein Cabrio-Läufer? Fantastisch! Ziemlich cool. Was ist passiert? Das Mädchen. Sie ist in Snooks Rettungsschiff entkommen. Bringen wir es zu Ende. Lang lebe der oberste Anführer. Was ist das? Der Mineralplanet Krait. Ein Rebellenstützpunkt? Aufgegeben. Aber schwer gepanzert. Ich werde diesmal auch nett sein. Ich habe neue Tipps für euch.